Schönen guten Abend von mir. Wieder stark zu sehen, wie Gott spricht, auch im Lobpreis schon. Das zusammenfügt mit dem Wort, was wir lesen. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 13. Und das Volk ist dabei auszuziehen. Es ist die Nacht des Passa-Festes. Sie haben das Passa geschlachtet. Sie haben all das, was Gott ihnen aufgetragen hat, getan. Und Gott hat ihnen aber auch noch mehr aufgetragen, in diesem Auftrag des Passa-Lamm zu schlachten, die Türpfosten mit dem Blut des Lammes zu bestreichen, als Schutz vor dem Verderber. Aber hat Gott ihnen Aufträge gegeben dafür, was später kommen wird. Dass sie dieses Fest immer wieder feiern sollen, jedes Jahr. Verbunden auch mit einem zweiten Fest. Dem Fest der ungesäuerten Brote. Darüber haben wir viel gesprochen schon die letzten Wochen. Und es passt so gut am Mittwochabend, wenn wir das lesen und dann das Abendmahl nehmen. Wir sehen und merken, ich finde so in den letzten Wochen, wie eng verbunden dieses Passa-Fest ist mit dem Abendmahl. Wie die Erlösung des Volkes Israel so tief und klar spricht von dem, was Jesus für uns errungen hat am Kreuz von Golgatha. Und je tiefer man sich damit befasst, wie größer das Bild wird und wie viel es in uns auch bewegt, uns hinein zu versetzen in die Geschichte Israels damals. Was sie erlebt haben, was sie erfahren haben, was Gott ihnen aufgetragen hat und wie sich das in Jesus in unserem Leben auch erfüllt. Nun sind sie ausgezogen. Die Erstgeborenen wurden geschlagen. Ein großes Jammergeschrei ist durch Ägypten gezogen. Der Pharao hat Mose und Aaron gebeten zu gehen. Sie haben die Schätze Ägyptens mitgenommen. Eine große Gruppe, ein riesiges Volk ist ausgezogen. Auch das Mischvolk ist mitgezogen. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. 430 Jahre, nachdem sie nach Ägypten gekommen sind, sind sie ausgezogen. Und ja, Gott spricht weiter, während sie ausziehen. Es ist nicht ganz klar, wann diese Anweisungen gegeben wurden. Wir wissen, das Wort Gott ist nicht in allem immer chronologisch. Das heißt, es ist nicht immer in der zeitlichen Abfolge geschrieben, wie Dinge passiert sind. Manchmal werden auch Dinge eingefügt, die vielleicht erst später gegeben wurden. Hier diese Ordnung, die Gott in Bezug auf das Passafest gegeben hat. Das haben wir letztes Mal uns angeguckt. Und jetzt kommen auch noch weitere Anweisungen, Gebote. Und diese Gebote mögen vielleicht in dieser Nacht Mose und Aaron gegeben worden sein. Mose hat diese Dinge vielleicht an diesem Tag, wo sie ausgezogen sind, an irgendeiner Situation, an einer Raststätte sozusagen unterwegs zum Volk gesprochen. Wir wissen es ja nicht genau. Aber es ist interessant, einfach diese Verse jetzt hier zu bedenken. Sie stehen inhaltlich im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten und mit dem Passafest. Und so werden jetzt hier für das Fest der ungesäuerten Brote auch noch weitere Anweisungen nachgeliefert, beziehungsweise das, was Gott zu Mose gesagt hat, gibt er auch an das Volk Israel weiter. Denn auch hier in dieser ersten Woche sozusagen sollen sie die ungesäuerten Brote essen. Das hat Gott ihnen aufgetragen, auch für diese Zeit direkt nach dem ersten Passa. Aber es wird noch etwas anderes eingefügt und das ist wirklich sehr interessant. Das steht hier in Kapitel 13, Vers 1 und 2. Und es wird dann aufgegriffen ab Vers 11 auch wieder. Ich lese jetzt mal diese ganzen Verse bis Vers 16. Danach redete der Herr zu Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Und Mose sagte zum Volk, gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus, der mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Darum soll kein gesäuertes Brot gegessen werden. Heute zieht ihr aus, im Monat Abib. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringt, das dir zu geben, er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am siebten Tag ist ein Fest für den Herrn. Während der sieben Tage soll man ungesäuertes Brot essen und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, noch soll Sauerteig in all deinen Grenzen bei dir gesehen werden. Und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Es geschieht um des Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Zeichen der Erinnerung zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund ist. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. So sollst du denn diese Ordnung zu ihrer bestimmten Zeit von Jahr zu Jahr halten. Und es soll geschehen, wenn dich der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann brich ihr das Genick. Auch alle menschliche Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist. Aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Das sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, der mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt. Dieser Gedanke, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, wird hier bestimmt viermal wiederholt. Und er trifft, er findet sich schon in Kapitel 3, als Gott Mose im Dornbusch begegnet ist. All viele dieser Worte, die Mose hier dem Volk weitergibt, sind aus dieser Passage, aus dem, was Gott Mose damals gesagt hat. Und er greift das hier auf und es ist das, was sie gerade erlebt haben, das, wo sie gerade mittendrin sind. Der Herr hat mit starker Hand, er hat wirklich seine Macht bewiesen durch die zehn Plagen. Interessant finde ich, dass es hier sozusagen nicht nur das Fest, das Passafest erwähnt wird, beziehungsweise das Fest der ungesäuerten Brote, sondern hier ein weiterer Punkt genannt wird, eine weitere Anweisung, etwas, was die Israeliten immer wieder tun sollen. Das heißt, hier bezieht sich Gott auf die Erstgeborenen, die getötet werden bei dieser Plage, bei dieser zehnten Plage. Die Erstgeborenen, die vom Volk Israel aber verschont wurden um des Opfers des Passalams willen. Die Erstgeborenen. Und daran schließt sich sozusagen dieses Gesetz an, die Erstgeborenen gehören mir. Von allem Vieh, von allen Menschen. Die Erstgeborenen gehören mir. Und ja, du sollst sie dem Herrn geben. Und das bedeutet, sie zu töten. Sie nicht zu behalten, das Vieh. Wenn da ein Mutterschaf das erste Mal Junge bekommt, ja, dann soll dieses erstgeborene männliche Schaf, es soll nicht dem Hirten gehören, dem Eigner, dieser Herde, dem Besitzer, sondern es soll dem Herrn gehören. Und das heißt, es muss geopfert werden. Es muss getötet werden. Und womöglich eben auch dann als Brandopfer geopfert werden, als Ganzopfer. Es gehört dem Herrn, voll und ganz. Es ist interessant, diese Feste, die Gott hier aufträgt oder die Opfer, die Gott aufträgt, als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Da gibt es dieses jährliche Fest, das Passafest mit den ungesäuerten Broten. Es wird von ganz Israel, soll es gefeiert werden. Und sie feiern es in ihren Häusern. Und jedes Haus nimmt sein eigenes Lamm. Und ich finde, dass sich in diesen Festen widerspiegelt, dieses Ineinander von Gott hat sein Volk, sein ganzes Volk erlöst. Und sie feiern gemeinsam diese Erlösung. Aber sie wenden es jeder Einzelne für sich an. Jede Familie nimmt das eigene Lamm. Das Lamm muss ganz gegessen werden. Sie führen sich das vor Augen. Dieses Lamm ist getötet worden, damit wir Leben haben, damit wir errettet sind. Und jetzt geht es aber auch um dieses Auslösen der Erstgeburt. Und das ist etwas, was die Israeliten nur einmal, eine israelitische Familie hat das nur einmal im Leben gemacht. Nur einmal hat die Ehefrau ihr erstes Kind bekommen, ihr erstes männliches Kind. Und wenn sie es bekommen hat, dann war der Punkt gekommen, wo dieses Opfer gebracht werden musste, wo dieser Erstgeborene dem Herrn gebracht werden sollte. Aber er sollte nicht getötet werden. Nein, Gott will kein Menschenopfer. Sondern an seiner Stelle sollte ein Opfertier dargebracht werden. Also dieses Erlösungsopfer, dieses Auslösungsopfer, es ist etwas, was das Volk Israel Jahr für Jahr im Passafest sozusagen gefeiert hat und sich vor Augen geführt hat. Aber es ist auch etwas, was jede Familie ganz persönlich, in seiner ganz persönlichen, individuellen Geschichte erlebt hat. Jeder erstgeborene Israelit hat sozusagen das erlebt, beziehungsweise seine Eltern. Diese Erinnerung, ich, wir persönlich, wir sind erlöst worden und wir bringen jetzt ein Opfer für unseren Erstgeborenen, so wie du Gott uns ein Erlösungsopfer gegeben hast für die Erstgeborenen in Ägypten. Und so wie Gott seinen erstgeborenen Sohn gegeben hat als Opfer für uns. Das ist so tief und so bedeutungsvoll. Lass uns dem nochmal nachspüren hier, dem Anfang. Heilige mir alle Erstgeburt. Was bedeutet dieses Wort Heiligen? Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich war ein junger Christ, ich habe gerade so meine ersten kleinen Schrittchen im Glauben gemacht. Wir hatten so eine Silvesterfreizeit gemacht, so eine Jugendfreizeit und da war ich mitgefahren. Ich hatte noch nicht viel Ahnung von Glauben und von der Bibel und von allem drum und dran. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir hatten mal so eine Gesprächsrunde, ich weiß nicht, was für einen Text wir gelesen haben, Bibeltext. Irgendwie kam ich auf diese Frage. Ich habe dann diese Frage gestellt, was heißt denn heilig? Und da war erst mal das Schweigen im Walde, weil irgendwie, ja irgendwie das schwierig war, das zu erklären. Und hier steht jetzt auch wieder dieses Wort, heilige mir alle Erstgeburt. Was bedeutet das? Heilig ist so ein religiöser Begriff, der so schwer zu fassen ist. Er kommt in unserer, in unserem Alltagssprachgebrauch kaum vor. Ja doch, vielleicht da, wo jemand sagt, das ist mir heilig. Was weiß ich, dem Fußballfan, dem sein Samstagnachmittag oder Samstagabend heilig ist, weil er dann sich zurückzieht, sich absondert vor seine Fernsehkiste und dann Fußball-Bundesliga guckt. Das ist ihm heilig. Nein, da kann kein Termin kommen. Das ist egal, welcher Termin auch immer kommt, ich gucke meine Sportschau. Es gibt solche Leute noch. Soll es noch geben. Das ist mir heilig. Meine Sportschau ist mir heilig. Heilig heißt etwas Abgesundertes, etwas Besonderes, besonders wertvoll, besonders wichtig. Und jetzt sagt Gott, heilige mir alle Erstgeburt. Das heißt, mache sie heilig. Die Erstgeburt ist erstmal nur der erste geborene Sohn. Aber dann soll er für den Herrn abgesondert werden. Wir haben es vorhin gesungen. Wir haben es gesungen. Ich bin dein. Ich bin dein. Ganz und gar. Ich gehöre dir. Abgesondert. Insofern ist die Ehe auch etwas Heiliges. Wenn ein Mann und eine Frau eins werden, wenn Gott sie zusammenfügt, dann gibt es keinen anderen mehr und keine andere mehr. Dann ist man geheiligt sozusagen für den anderen. Abgesondert. Heilige mir alle Erstgeburt. Warum? Warum die Erstgeburt? Wisst ihr, das Erste ist oft auch das Besondere, das Beste. Ich gebe nicht irgendetwas, sondern ich gebe das Erste, das Beste. Mit dem Erstgeborenen verknüpften sich oft große Hoffnungen für die Eltern. Erstmal war es sowieso und ist es bis heute eine spannende Frage, werden wir überhaupt Kinder bekommen? Kinderlosigkeit ist nicht unbedingt etwas modernes. Es ist sicherlich auch ein modernes Phänomen, hat sicherlich viel auch mit der ganzen Problematik von Hormoneinnahmen und Ernährung und sonstigen Krams zu tun, weil wir so unvernünftig und ungesund und gottlos leben, einen Lebensstil haben, der so weit weg ist von dem, was Gott uns gegeben hat, folgt daraus oft auch mehr Elend, mehr Not und das bedeutet nicht, dass der Kinderlose schuld ist daran. Oft ist das nicht der Fall, manchmal vielleicht schon, aber nicht im Sinne von ja, also keiner will bis auf wenige Ausnahmen kinderlos sein. Aber Kinderlosigkeit ist auch ein Phänomen, in der Bibel finden wir das ja oft, bei den Geschichten von Abraham und Sarah, Rebekah und Isaac, bei Hannah, bei Elisabeth und Zacharias, viele Geschichten von kinderlosen Ehepaaren und so sehen wir, dass sich viele Hoffnungen auf den Erstgeborenen beziehen. Ja, das ist endlich das erste Kind und da kommt diese Erleichterung, ja, wir haben ein Kind bekommen. Wir haben jetzt ein Kind und dann noch einen Sohn und das war für die damalige Zeit deswegen so wichtig, weil der Sohn natürlich einerseits die Altersversicherung eines Ehepaars war und andererseits war er auch der Erbe, der das Familienerbe sozusagen fortführte, der den Namen der Familie weiter trug, der das, was die Eltern angefangen haben, weiterführen konnte. Auf ihm ruhten die Hoffnungen, in den Königshäusern ganz besonders natürlich, in den Erbmonarchien. da war es so wichtig, dass ein Sohn geboren wurde. Die ganze Geschichte von Heinrich VIII und seiner ganzen Scheidungsgeschichten und die Frauen, die er dann sogar noch ermordet hat, um dann irgendwie eine neue heiraten zu können. Wisst ihr, worum das eigentlich ging? Er wollte eine Frau haben, die einen Sohn ihm gebärt, einen Thronnachfolger. Das war das große Problem bei Heinrich. Das ist nicht so richtig. Ja, letztendlich sind dann ja Frauen auf den Thron gekommen. Elisabeth I. und so weiter. Ja, aber diese Hoffnung in den Erstgeborenen und jetzt, was bedeutet es? Die Erstgeburt zu heiligen heißt, diese Hoffnungen, die ich habe in den Erstgeborenen, ich lege sie in die Hand Gottes. Ich lasse los mein Recht, meine Wünsche, meine Vorstellung, ich gebe sie Gott und das am wunderbarsten sehen wir das bei Abraham, oder? Wo Gott sagt, deinen einzigen geliebten Sohn, er sagt ganz bewusst mehrmals, deinen einzigen, deinen geliebten Sohn, gebe ihn mir, opfere ihn mir. Obwohl es ja eigentlich nicht der Erstgeborene Abrahams war, da war doch der Ismail, aber es ist der Erstgeborene Saras, alles was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Es ist der Erstgeborene Saras. Deswegen soll Gott dargebracht werden. Er gehört mir. Und in der Geschichte von Abraham und Isaac, der Opferung Isaaks, sehen wir ja auch schon so viele Parallelen zu dem, worum es Gott eigentlich in dem Ganzen geht. Der Erstgeborene ist mein. Wer ist denn der Erstgeborene? Der Erstgeborene erscheint uns zuerst Adam zu sein, oder? Adam ist der Erstgeborene. Gott hatte ihn geschaffen, mit Eva zusammen. Warum? Damit sie herrschen über die Erde. Damit sie Könige sein sollen. Sie sollen das Ebenbild Gottes sein. Aber am Ende waren sie es nicht. sie haben sich davon abgewandt. Sie haben das Ebenbild Gottes verzerrt in Adam und Eva. Dann ist aber durch den Geist Gottes wird uns das gezeigt im Kolosserbrief Kapitel 1 hat Gott Paulus offenbart etwas, was sicherlich für jüdische Ohren, die an das erste Buch Mose gewöhnt waren, ein unheimlicher Affront gewesen sein mag. Da steht nämlich er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1 Vers 15 Wer ist dieser Er? Das ist Jesus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus ist der Erstgeborene. Der Erstgeborene gehört mir. Es ist mein Fleisch und Blut, es ist mein Eigen. Er spiegelt mich wieder. Er ist dieser wertvolle Erstgeborene, der geheiligt ist, ausgesondert, abgesondert, geheiligt. Und dann steht hier, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Ja, er ist nicht nur der Erstgeborene der Schöpfung, der Alten, der jetzigen Schöpfung, sondern er ist auch der Erstgeborene der Neuen Schöpfung, durch die Auferstehung von den Toten. Er ist der Abgesonderte, der Geheiligte, Erstgeborene. Das sehen wir auch in seiner Geschichte als Mensch, denn Maria hat dieses Gebot befolgt, Maria und Josef. Lukas 2, Vers 23. Was steht da? Lukas 2, Vers 23, beziehungsweise Vers 22, Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Hier werden zwei Dinge zusammen verknüpft. Einmal die Reinigung von Maria. Nach der Geburt wurde eine Frau sozusagen abgesondert. Sie wurde als unrein bezeichnet für die Zeit, wo sie sich erholen sollte und musste von der Geburt. Nach diesen Tagen der Reinigung war es ein Zeitpunkt, wo sie wieder in die Gemeinschaft kommen konnte und dafür sollte sie ein Opfer darbringen. Aber gleichzeitig tun sie auch das, was hier in 2. Mose 13 gesagt ist. Sie weihen sozusagen den Erstgeborenen. Sie bringen ihn da im Tempel. Sie stellen ihn vor Gott sozusagen, diesen Erstgeborenen. Und dann wird aber gesagt, nein, er soll nicht geopfert werden, sondern ein Opfer soll für ihn gebracht werden. Und das haben sie gebracht. Was sie aber eigentlich gemacht haben und was später auch vertieft wird in der Gesetzgebung, die dann später auch folgt, wo Gott das noch genauer erklärt, auch mit den Leviten und den Erstgeborenen und so weiter und so weiter, ist eigentlich, dass dieser Erstgeborene dem Herrn geweiht ist. Wir sehen das bei der Geschichte von Hannah im ersten Buch Samuel. die kein Kind bekommen hat und die so flehentlich darum gebetet hat, dass sie ein Kind bekommen kann. Und in ihrem Gebet hat sie diesen Sohn, diesen Sohn, den sie sich erbeten hat, den hat sie Gott gegeben. Sie hat schon vorher, bevor sie schwanger geworden ist, gesagt, Gott, wenn ich schwanger werde, dieses Kind soll dir gehören. Es soll dir dienen. sein Leben soll dir gehören, soll dir geweiht sein. Und so war es dann, dass Gott sie erhört hat, er hat ihr diesen Sohn gegeben, Samuel ist geboren worden und sie war gehorsam und hat das Kind, nachdem es abgestillt war, zum Tempel gebracht und hat gesagt, hier ist der Sohn, um den ich gebeten habe und ich bringe ihn zum Tempel jetzt, dass er Gott dient, so wie ich es versprochen habe und sie hat es mit Freude getan. Sie hat diesen Sohn, den sie erbeten hat, losgelassen, zurückgegeben in Gottes Hände, nicht als ein Opfer, sondern als ein lebendiges Opfer, Römer 12. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir unser Leben auf den Altar legen und sagen, hier ist mein Leben, das gehört dir ganz. Ich lebe, um dir zu dienen. Ich bin geheiligt, abgesondert. So sehen wir, dass Maria Jesus auch weit sein Leben sozusagen in Gottes Hand legt und ja, auf Jesus trifft es 100% zu, denn er ist der Erstgeborene, für den diese ganze Gesetzgebung geschaffen ist sozusagen. Sie erfüllt sich, er wird geboren in das Volk der Juden hinein und was passiert? Er ist ein Erstgeborener, nicht aus Zufall. Er ist ein Erstgeborener, weil er der Erstgeborene ist und in der Gesetzgebung erfüllt sich da seine Bestimmung. Ja, sein Leben ist dem Herrn geweiht. Ja, noch mehr, sein Leben ist gleichzeitig das Leben des Passerlamms, des Opferlammes, das die Sünde der Welt trägt. Durch das die vielen Menschen, die eigentlich dazu bestimmt sind, Ebenbild des lebendigen Gottes zu sein, die es aber nicht sind, in dem Sinne, wie es Gott eigentlich wollte, indem er sie wieder zurückführt in ihre Bestimmung, Erstgeborene zu sein. Durch Jesus werden wir hineingeführt in dieses Vorrecht, auch Erstgeborene zu sein. Lass uns das mal sehen in Hebräer 12, Vers 23. Vers 22 fangen wir an. Der Schreiber stellt hier den alten und den neuen Bund gegenüber und kommt jetzt zum neuen Bund, zur Gemeinde Gottes. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wir sollen geheiligt werden. Du und ich, wir wurden geheiligt durch den Geist Gottes. Unser Vater hat uns geheiligt. Er hat uns ausgesondert. Er hat uns ausgelöst durch ein Opfer, durch Jesus. Aber er hat uns auch ausgelöst, damit wir ein heiliges Leben führen, dass wir ein besonderes Leben führen, das ihm Ehre macht, dass wir wieder das sind, wozu wir eigentlich bestimmt sind, Ebenbilder des lebendigen Gottes zu sein. Wir gehören zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Nochmal zurück zu 2. Mose 13. In dieser erneuten oder in dieser Weitergabe der Anordnung für das Fest der ungesäuerten Brote möchte ich nur an ein paar Punkte noch mal erinnern. Vers 3 sagt Mose zum Volk Gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Mit starker Hand hat euch der Herr von dort heraus geführt. Gedenkt dieses Tages. Das ist das gleiche Wort, was auch verwendet wird im Abendmahl. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch. Erinnerung ist so wichtig für uns. Erinnerung geschieht dadurch, dass wir es sagen, dass wir es singen, immer wieder davon sprechen. Erinnerung geschieht auch dadurch, dass wir darauf hingewiesen werden. Hilfen, es gibt Hilfen zur Erinnerung. Du kannst dir Erinnerungshilfen machen. Wenn du dich an was erinnern willst, was machst du? Du schreibst einen Zettel. Also, was aufschreiben hilft zur Erinnerung. Und wenn du vergessen hast, wo der Zettel ist, dann musst du irgendwo noch einen anderen Zettel hinschreiben, wo der Zettel ist, wo du dir aufgeschrieben hast, was du dir merken wolltest. Also schriftliche Unterweisung, schriftliches Niederlegen dessen, was man sich erinnern will, ist so eine wichtige Sache. Und Gott hat uns so eine tolle Erinnerungshilfe gegeben. Lies darin. Wenn du es liest, dann erinnerst du dich auch. Wenn nicht, dann vergisst du ganz schnell. Wir sind ja alle irgendwie dement. auch mündliche Unterweisung, wie gesagt, davon zu reden. Mose sagt, Gott sagt durch Mose, rede von dem Gesetz. Wenn du sitzt, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst, rede davon. Wenn du aus dem Haus gehst oder wenn du zu Hause bist, von den Gesetzen und Ordnungen Gottes, rede davon. Wenn du davon redest, dann prägt es dir auch ein. Dann ist es präsent in dir, in deiner Familie, unter euch. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen, indem ihr viel darüber redet, darüber euch austauscht. Wisst ihr, es ist so was schönes, was wunderbares und es ist geistlich stärkend, wenn wir als Ehepaare zum Beispiel uns einfach darüber austauschen, hey, was hast du eigentlich heute in der Bibel gelesen? Oder dem anderen mitteilen, ja, darüber, das habe ich jetzt in letzter Zeit gelesen, das beschäftigt mich. Oder mit einem Bruder, mit einem Freund, mit dem WG Mitbewohner, oder ja, auch per Telefon, wenn du alleine wohnst, mit dem Bruder einfach mal zu telefonieren und dich nicht nur übers Wetter auszutauschen oder die neuesten Corona-Verordnungen, Sondern über das Wort Gottes. Was hast du heute im Wort Gottes gelesen? Und sich darüber auszutauschen, woran man von Gott erinnert worden ist. Das ist so wichtig, wir vergessen so schnell. Und die anderen Nachrichten sind dann so wichtig und so bedeutsam, dass du das Wichtigste vergisst, dass Gott dich liebt, dass er dich erlöst hat, dass er eine wunderbare Zukunft für dich geplant hat, dass er einen Auftrag für dich hat, hier und jetzt. All diese Dinge vergisst du über die Nachrichten. Und dann ist es gut, sich gegenseitig zu erinnern. Und das ist ganz einfach. Tauscht euch darüber aus. Was hast du zuletzt gelesen? Was beschäftigt dich gerade im Wort Gottes? Worüber denkst du gerade nach? Namen können Erinnerungen sein. Es gab eine Zeit, da hat so eine fromme Zeit in Deutschland, so um 1700 rum, Zeit des Pietismus, da haben die Eltern tatsächlich die Dreistigkeit besessen, ihre Kinder so zu nennen, zum Beispiel Fürchte Gott. Fürchte Gott. oder noch andere solche interessanten Namen. Ja, aber in Israel war das ganz wichtig, wir lesen das in der Bibel überall, dass sie ganz bewusst ihren Kindern Namen gegeben hat. Samuel hieß deswegen Samuel, weil Gott erhört hat, das Gebet erhört hat. Er ist eine Gebetserhörung und daran kann er sich immer wieder erinnern mit seinem Namen. Wenn ihr euren Kindern Namen gegeben habt, die eine theologische eine Glaubensbedeutung haben, dann redet mit euren Kindern darüber, erklärt ihnen, was ihr Name bedeutet und wisst ihr was, das bleibt hängen und sie denken immer mal wieder daran oder es ist immer wieder ein Gesprächsansatz Punkt, worüber man ins Gespräch kommen kann und erinnern kann an das, was wirklich wichtig ist, an Gott und seine Liebe. Ja, dann die Feste, das Abendmahl, was wir hier feiern, aber auch Denkmäler, Steine, die aufgerichtet werden, Symbole, Bilder, die man sich aufhängt, Zeichen an der Kleidung, die Quasten, die die Israeliten hatten, sie sollten Erinnerungszeichen sein, die sie ständig mit sich herumgetragen haben, um an die Gebote und die Ordnung Gottes erinnert zu werden. Kästen und Riemen, kleine Kästen, die orthodoxen Juden jetzt haben hier so, wie das hier ja auch gesagt ist, das soll ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, die tragen tatsächlich dann solche komischen Stirnbänder mit irgendwie so einem kleinen Kasten, wo dann irgendwelche kleine Schriftrolle drin ist. Mach die wirklich. Aber das ist natürlich alles nichts, weil diese äußerlichen Dinge verkommen. Wir feiern jedes Jahr Weihnachten und wie viele Leute glauben noch daran, dass Jesus der Sohn Gottes, der erstgeborene vor aller Schöpfung Mensch geworden ist, um unsere Sünde zu tragen. Kaum einer, der Weihnachten feiert, macht das. Also diese Feste, die nutzen sich ab, sie werden zur Gewohnheit. Auch diese anderen Äußerlichkeiten, die werden zur Gewohnheit. Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit wird kommen und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir brauchen den lebendigen Gott in uns, dass er uns erinnert. Und dann werden auch diese äußeren Zeichen werden lebendig sein. Und eine andere Sache, die auch noch wichtig ist zum Erinnern, was ich ganz viel gelesen habe in den Briefen. Paulus sagt immer, ich erinnere mich an euch in meinen Gebeten. Wenn wir das tun, was Gottes Wort uns durch Paulus auch sagt, betet für alle Menschen. Bete ohne Unterlass, täglich, an jedem Ort, wenn du ein Beter bist und auch ein Fürbitter und mit dem Heiligen Geist betest, du erinnerst dich ständig an irgendwelche Menschen und du dankst und du betest für die Leute und dann stößt Gott dich auch an im Gebet, vielleicht auch aktiv zu werden, den einen oder anderen mal anzurufen oder ihm mal zu schreiben oder ihm was Gutes zu tun. Fürbitte ist so was wichtiges, eine wunderbare große Erinnerungshilfe von Gott für uns. Einen letzten Punkt möchte ich hier jetzt noch erwähnen, bevor wir ins Abendmahl gehen. Das ist der Punkt, der hier genannt wird in Vers 8. Bei beiden Opfern ist immer oder ist hier wieder genau wie beim Passerfest, wie wir es in Kapitel 12 schon haben, eigentlich das Wichtige, dass die folgende Generation Fragen stellt. Unser Leben soll zur Frage Anlass bieten. Wir sollten mit unserem Leben das heraufbeschwören, dass unsere Kinder fragen, warum? Warum machen wir das? Warum machen wir das hier mit dem Fest der ungesäuerten Brote? Und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären, es geschieht um dessen Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Es ist interessant, diese Ordnung sollen sie von Generation zu Generation halten, aber die Antwort, die der Vater seinem Sohn geben soll, die die Mutter ihrem Sohn geben soll, ist, es geschieht um des Willen, was der Herr für mich getan hat. Das ist so wichtig. Und das ist diese individuelle Anwendung dessen, was Gott getan hat. Jesus sagt, dies ist mein Leib für euch gegeben. Dies ist mein Blut für euch vergossen. Und das ist so wichtig. Ja, Jesus ist das Opfer für zur Sühnung unserer Sünden, nicht nur unserer Sünden, sondern der ganzen Welt. Sein Opfer gilt allen. Das ist so wichtig, dass wir diese Perspektive haben. Und wenn wir das Abend mal teilen, dann haben wir alle daran Anteil. Auch dein Nachbar, derjenige, der neben dir sitzt, der weiter weg sitzt, wir alle, ja, auch diejenigen, die vielleicht zu Hause das Abend mal mitnehmen, haben Anteil daran. Und wir sind ein Leib. Und ja, das ist wichtig, dass wir in diesem Geiste, in der Liebe dieses Abend mal nehmen, dass wir keine Vorbehalte irgendwem gegenüber haben, der mit uns dieses Mahl nimmt. Jesus sagt, wenn du zum Tempel gehst und ein Opfer bringst und in deinem Herzen fällt dir ein, dass jemand was gegen dich hat, dann versöhne dich erst und dann kannst du dein Opfer bringen. Das Abendmahl ist nicht nur zwischen dir und dem Herrn, sondern das ist auch etwas, was wir als Gemeinde tun miteinander. Und es ist unser Vater im Himmel, nicht dein Vater. Unser Vater. So ist es auch der, mit dem du im Clinch bist, mit dem du Probleme hast, mit dem du Schwierigkeiten hast. Und es ist wichtig. Jesus ist vergib, wenn du irgendwas gegen jemanden hast. Du sollst versöhnt zum Abendmahl kommen, in Liebe, verbunden mit deinen Geschwistern. Das heißt nicht, dass du sie alle mögen musst und sie alle deine besten Freunde sein müssen, aber versöhnt sollst du sein, durch das Blut Christi, niemandem was nachtragen, jeden segnen können, jeden in die Augen schauen können, keine bösen Gedanken hegen gegen irgendwen. Aber hier wird uns gezeigt, dass das Opfer persönlich sein muss, angewendet werden muss. Und das finde ich so schön hier. Für mich hat er das getan. Als ich aus Ägypten auszule, ich bin, ich war in Ägypten, ich war im Sklavenhaus, aber Gott hat mich herausgeführt, er hat mich befreit und das ist das, was nur ein einziges Mal im Neuen Testament auf diese Weise auch so vorkommt. Im Galater Brief Kapitel 2 Vers 20 Da sagt Paulus das ein einziges Mal in dieser ganz individuellen Ich Perspektive für mich. Er sagt in Vers 20 und nicht mehr lebe ich sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Für dich ist es ganz persönlich für dich, weil du sein Erstgeborener bist. Du bist derjenige, der geheiligt sein soll, abgesondert sein soll und für Gott leben soll, ihn verherrlichen soll. Deswegen hat Jesus sich hingegeben. Sein Opfer gilt dir. Er hat dich aus dem Sklavenhaus herausgeholt. Denke daran, erinnere dich daran, wenn wir das Abendmahl nehmen, erinnere dich daran. Du warst in Ägypten, du warst im Sklavenhaus unter der Hand des Fürsten dieser Welt. Aber Gott hat dich mit starker Hand herausgeholt. Er hat seinen Sohn gegeben, seinen Erstgeborenen als Opfer für dich, damit du auch ein Erstgeborener wirst, geheiligt, Teil der neuen Schöpfung, Teil der Familie Gottes, ein Bruder, ein Schwester Jesu. Wir preisen dich, Herr, für deinen wunderbaren Plan. Wir danken dir dafür, dass du uns zu Erstgeborenen machen wolltest. Uns alle. Danke für dieses Vorrecht, dass wir an deinem Tisch sitzen dürfen, von dir empfangen dürfen. Wir wollen uns daran erinnern, ja, wir waren Sklaven, wir waren versklavt, wir waren unter der Herrschaft der Sünde verloren. Aber du hast uns erlöst aus lauter Güte und Gnade, aus lauter Barmherzigkeit. Du hast dich über uns erbarmt, über unser Elend und hast uns befreit durch Jesus. Vater, wir preisen dich dafür. Wir danken dir für diese Gnade und bitten dich, dass du jetzt das Abendmahl segnest, wenn wir es nehmen. Amen.